Ich finde, dass das Leben mit Kindern ein sehr lustiges ist und dass Kinder viel mehr zu unserer Gesellschaft einfach dazugehören sollten. Dazu leistet Kinderbetreuung einen großen Beitrag. Niemand soll sich überlegen müssen, kann ich mir Kinder leisten oder muss ich mein Leben total verändern, wobei das Leben verändert sich total. Kinderbetreuungseinrichtungen sind große Plätze des sozialen Lernens von Kindern. Kinder lernen irrsinnig viel von anderen Kindern und auch in der Gemeinschaft, was sie oft in unseren ganz kleinen Familien so nicht mehr haben. Als Mutter, aber auch als Politikerin bin ich sehr froh, dass im Bereich der Kinderbetreuung sehr viel weitergegangen ist in letzter Zeit. Wir haben 1500 neue Kinderbetreuungspätze geschaffen, gemeinsam mit den Gemeinden und das Budget, das das Land Salzburg dafür ausgibt, ist gestiegen von 45 auf 65 Millionen. Und jeder Euro ist es wert.